Die zwei Arten des Glücks Zwei Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Welche beiden? Das häusliche Glück und das Asketenglück. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das Asketenglück. Zwei Arten des Glücks gibt es, ihr Jünger. Welche beiden? Das Glück des Genusses und das Glück der Entsagung. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das Glück der Entsagung. Zwei Arten des Glückes gibt es. Das weltliche Glück und das überweltliche Glück. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das überweltliche Glück. Zwei Arten des Glückes gibt es. Das sinnliche Glück und das übersinnliche Glück. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das übersinnliche Glück. Zwei Arten des Glückes gibt es. Das körperliche Glück und das geistige Glück. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden aber, ihr Jünger, ist das geistige Glück. Zwei Arten des Glückes gibt es. Das Glück der Freude und das Glück des Gleichmuts. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das Glück des Gleichmuts. Zwei Arten des Glückes gibt es. Das Glück der Sammlung und das ruhelose Glück. Diese beiden Arten des Glückes gibt es, ihr Jünger. Die höchste dieser beiden Arten des Glückes aber, ihr Jünger, ist das Glück der Sammlung. Das Glück. Die höchste der Sammlung, die Jünger, ist das Glück Yenher, ist das Glück. Untertitelung des ZDF, 2020